Besoffen werden viele Straftaten begangen. Ab wie viel Promille aber wird man eigentlich schuldunfähig? Unter 2 Promille ist man in der Regel voll schuldfähig. Bei einem Wert von 2 bis 3 Promille kann von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden. Und ab einem Wert von 3 Promille geht man in der Regel von der Schuldunfähigkeit aus. Bei einem Tötungsdelikt geht man aufgrund der besonders hohen Hemmschwelle von einer Schuldunfähigkeit erst ab 3,3 Promille aus. Wir merken, eine so richtig klare Grenze gibt es nicht. Ein unerfahrener Trinker wird deutlich schneller schuldunfähig sein als beispielsweise jemand, der auf dem Dorf lebt. Da steht man ja mit 2 Promille auf und geht zur Arbeit. Das führt zu folgendem.